Hey Leute und willkommen zu einem weiteren angezockt Video, ich bin derzeit nämlich nach einem Mobile Game ziemlich süchtig und zwar Super Auto Pads. Es macht so Spaß, ich kann nicht aufhören. Das Ganze kannst du am Handy spielen, auf Android, iOS, komplett kostenlos, ohne nervige Werbung, den ganzen Tag zocken. Oder, so wie jetzt, wie hier in der Aufnahme, auch auf Steam. Auf Steam sind ein paar Unterschiede, auf Steam gibt es nämlich mehr Kreaturen, mehr Tiere, ist alles ein bisschen mehr als am Mobile. Also am Mobile ist mehr als Übungsmodus und am PC hier geht es krass weiter. Was ist der ganze Bums? Leute, es geht darum, jede Runde bekommst du 10 Geld, um dir damit zum Beispiel Tierchen oder Items zu kaufen. Nehmen dieses Tierchen, zack, kaufe es, ihr seht, 3 ist weg, habe ich jetzt ausgegeben, das Ganze gilt auch für Äpfel. So, dann 10 Leben hast du, wenn du mal einen Kampf verlierst, verlierst du gewisse Anzahl an Leben. Am Anfang 1, dann 2, dann 3 Pro Lose und so weiter und dein Ziel ist es, 10 Mal zu gewinnen. Das klingt vielleicht erstmal leicht, ist aber unglaublich schwer. Dann nimmst du die Rundenanzahl noch und fertig. Links unten kannst du rollen, wenn du sagst, die gefallen mir hier nicht oder doch, ich nehme sie doch mit oder ich roll mal. Das Rollen kostet übrigens auch 1 Gold, also immer gut überlegt sein, ob man jetzt rollt oder nicht. Dann werden die Items re-rollt oder du kannst sagen Freeze, dann kannst du dieses Tierchen auch immer unfreezen. Dann kannst du beim Rollen es dann sozusagen behalten, damit er nicht mit re-rollt wird. Jedes Tierchen hat eigene Fähigkeit, wenn du mit der Maus drauf gehst oder am Handy drauf tippst. Siehst du zum Beispiel, wenn ich das hier verkaufe, kriegen 2 Freunde plus 1 Leben. Wenn ich das hier kaufe, kriegt ein Random Freund plus 1 Attack plus 1 Leben. Das ist ein typisches Sammelkartenspiel wie Hearthstone und so weiter oder das Ganze ist wie Teamfight Tactics. Wir gehen mal rein in die erste Runde, da musst du erstmal Namen aussuchen. Wir sind die Cartooni Warriors. So, und jetzt Leute, suchst du dir einen Gegner und kannst dann Autoplay eben das Ganze spielen. Das ist einfach ein so komplett leichtes Prinzip, dass du denkst, what the fuck? Also drückst du auf Autoplay, drückst du auf doppelte Geschwindigkeit, zack, zack. Ihr setzt eure Monster sehen Fähigkeiten ein und ich habe verloren. So schnell geht es, das erste Herz ist weg. Wenn die Herzen hier unten auf 0 gehen, hast du verloren. Wenn die Pokale hier oben auf 10 gehen, hast du gewonnen. Jetzt, nächste Runde, bekommst du ein neues Tierchen zur Auswahl. BZW, könntest auch sagen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, du könntest auch sagen, du, ähm, re-rollst nicht immer, sondern kaufst lieber Items, so wie ich gerade dem Fischen Honig gegeben habe, damit, wenn er stirbt, ein Bienchen dabei rauskommt. Und ihr seht, die ganzen haben ein Level. Wenn ich den Beaver jetzt hier nähern würde und zu dem dazugebe, ne, kann ich ihn fusionieren sozusagen und sein Level erhöhen. Das Ganze geht bis maximal Level 3. Dadurch wird nicht nur sein Attack und Verteidigung stärker, sondern auch seine Fähigkeit stärker. Ja, also, jetzt mal ganz ehrlich, das Spiel klingt so einfach, aber es ist so komplex, ne. Es ist so komplex. Das kann man sich kaum vorstellen. Immer mal nicht so schnell die Geschwindigkeit, dann seht ihr, dass die Tierchen immer so, Sachen einsetzen, die ganzen Fähigkeiten, äh, da ist gerade meine Biene gespawnt. Es ist, wie gesagt, es sieht auf den ersten Blick so einfach aus, so wie jedes typische Auto-Chess-Spiel, zum Beispiel, wie eben Teamfight Tactics von League of Legends. Und jetzt habe ich gewonnen, weil ich noch ein Monster übrig habe. Jetzt bekommen wir hier oben einen Pokal dazu. Also, es ist jetzt schon theoretisch einfach, aber, je weiter die Runden gehen, je weiter du kommst, umso höhere Tiere scheißt du frei. Jetzt haben wir zum Beispiel Stufe 2 Tiere, wie ihr es seht. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, äh, ich verkaufe jetzt so einen Biber, damit jetzt ein paar mehr Leben bekommen, und kaufe jetzt den dazu, als Beispiel, ne. Oder ich kaufe einen Apfel und mache ihn damit ein bisschen stärker. Ich mache dies, ich mache das, ich nehme das und stecke es hier rein, zack, hat es ein Level ab, und so weiter, und so weiter. Hier nochmal jetzt reinstecken, zack, äh, habe ich eine Spinne, die was sammelt, und so weiter. Es gibt halt so viele unterschiedliche Tiere, das ist halt echt unglaublich. Was auch oft zu beachten ist natürlich die Reihenfolge. Wo steht welches Tierchen, ne. Wer soll wie, was, wo spawnen. Weil wenn der zum Beispiel hier, ähm, Schaden bekommt, steigt seine Attack. Das heißt, willst du vor ihm, willst du ihn ganz am Anfang hinsetzen, damit er erstmal die Schnauze bekommt, damit er stärker wird, und so weiter. Es ist unglaublich, wie tiefsinnig das Spiel wird. Es ist zuerst natürlich easy to play, ne. Wir sehen zum Beispiel, wenn die Spinne jetzt hier dem Schaden macht, bekommt er gleich dann mehr Attack dazu. Zack, aber er stirbt jetzt auch gleich. Na, dann hat er es nicht viel gebracht. Also das Ganze ist schon sehr komplex mit den ganzen Fähigkeiten und Tierchen. Es ist, wie gesagt, unglaublich schwer, da irgendwie mal 10 Siege zu bekommen, denn es ist natürlich auch eine Glückssache, welche Tierchen du bekommst hier unten, ne. Ob du starke bekommst oder schwache, so wie wir jetzt haben, mit drei Level 1er bekommen. Naja, ne, naja würde ich mal sagen. Aber jetzt können wir unser Tierchen nehmen und hier verbinden. Zack, seht ihr, ist auf Level 2. Und wir haben ein Level 3 Tierchen freigeschaltet. Das heißt, ich kann zum Beispiel den Biber verkaufen, den Hund hier hinten hinsetzen und so weiter und so weiter. Also man kann, es ist einfach so komplex, Leute, was man hier alles in dem Spiel machen kann. Dann sagst du mal, oh, ich hätte gern zum Beispiel diese Heuschrecke hier, damit die nächste Runde ein Level up bekommt, kann ich sie einfrieren und dann wird sie nicht rerollt, wenn wir jetzt den nächsten Kampf starten. Ist so eine geile Sache. Also wie gesagt, es ist easy to play, aber hard to master und es macht es so süchtig, weil du hast keine gezwungene Pause. Wisst ihr, wie ich meine? Du kannst es den ganzen Tag am Handy spielen oder hier auf Steam halt auch, ne. Du kannst es die ganze Zeit so, nichts hält dich auf, das zu zocken, Leute. Und deshalb ist es ein Süchtigmacher. Vor allem, wenn du, wie ich, jetzt mal gewonnen hast, also die 10 Siege erreicht hast, was, wie gesagt, sehr schwer ist, dann denkst du dir, oh, shit, ich will das nochmal, ne. Uh, 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 jetzt haben wir was sehr Gutes bekommen. Ich glaube, ich werde den Fisch verkaufen. Ihr seht schon, das muss ich strategisch denken, ne. Denn der Pinguin gibt jedem, der Level 2 oder 3 ist, jede Runde mehr Attack und Leben dazu. Immer. Die ganze Zeit. Also es ist jetzt schon, das muss ich aufpassen. Es ist so strategisch. Oh, zum Beispiel der Knoblauch. Der Knoblauch ist unglaublich geil. Warum ist der Knoblauch unglaublich geil? Weil er weniger Schaden nimmt. Dann mein, ähm, äh, Pfau heißt er, glaube ich. Das ist, das ist, das ist, ah, Kamel. Auch direkt mal, ah, ne Hundi speichert. Hundi speichert. Es gibt auch Items, wie ihr seht, zum Beispiel Salate. Es gibt unzählige Items, die ihr benutzen könnt, um eben eure Tiere stärker zu machen, spezielle Fähigkeiten zu geben, so wie der Knoblauch hier. Also es hat schon sehr was von einem Auto-Chest-Level. Also so quasi, du stellst dein Team zusammen mit dem zur Verfügung, was du hast. Dann schickst du sie in den Kampf, guckst zu, kannst nichts mehr machen und also beten, was eben so passiert, ne. Ob du alles hinkriegst, ob du Fehler gemacht hast, dies, das, andernas. Also, es ist, es ist so unglaublich strategisch, dass man glaubt man auch gar nicht, was man hier in dem Spiel so alles macht kann. Ihr seht, bisher kriege ich hart auf die Schnauze. Hat eben damit zu tun, wie gesagt, was man eben für Tierchen bekommt, ob man Glück hat, ob man Pech hat, ob man, ähm, falsche Entscheidungen trifft, und so weiter, und so weiter, ne. Also es ist, es ist halt echt hart komplex, ne. Und auch immer die Entscheidungen, rollst du jetzt nochmal, ne, oder sagst du, ah, ich kauf doch lieber ein Item, oh, Hund, perfekt, auch noch ein Level ab, und jetzt hat man das nächste schon freigeschalten. Ah, Mann, der hat auch eine spezielle Fähigkeit, dies, das, andernas, hin, her, links, rechts, es ist so komplex. Es ist so lustig, komplex, oh Gott, auch mehr Hunde. Es ist, es ist, es macht einfach unglaublich Spaß. Also man muss es, glaube ich, selbst mal spielen, um das rauszufinden, wie viel Spaß das macht. Ja, immer sich neue Strategien zu überlegen. Oh, scheiße, was mache ich jetzt, ne, wie baue ich jetzt mein Team? Gehe ich auf Monster, auf Tiere, die zum Beispiel andere Tiere sammeln, also, ähm, beschwören, ne, oder sage ich lieber, ich, ähm, will ein Team, was einfach möglichst viel Attack hat, ne. Oh, das kriegst du gut aus, oder? Nein, das sieht nicht gut aus, er hat ja einen Schutz. Oh Gott. Und jetzt seht ihr schon, unsere Leben, ne, sind vorbei. Ich habe ein einziges Mal gewonnen, leider hart reingeschissen. Also es ist immer wieder Try und Error, Try und Error, was willst du machen, was ist für dich sinnvoll, ähm, äh, wie, 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 wie willst du spielen, ne. Und auch immer diese Naughty Fangirls sind wir jetzt. Ähm, es ist auch immer so, ja, also, wie viel Glück hast du auch dazu noch, zu deinem Wissen und Können, und ja, ihr seht, dass die Gena zum Beispiel einen Hut tragen, ähm, und Hut, Hut, Hütte kannst du freischalten, du kannst Hintergründe freischalten. Das ist ein Unentschieden, das gibt übrigens keinen Lebensabzug und keinen Sieg dazu. Perfekt für zwischendurch. Ähm, das wollte ich sagen. Ähm, das ist so viele Entscheidungen, die man halt treffen muss, die ganze Zeit, äh, den hier muss ich mal freezen, das ist eine geile Einheit. Also, du musst schnell eine Entscheidung treffen, dies, das, anders. Es sieht halt echt babyhaft aus, und es macht so Spaß und ich bin so süchtig danach. Ich hab schon sicher 50, 60 Runden gespielt, aber ich hab noch immer nur ein einziges Match gewonnen. Weil eben es, wie gesagt, sehr, sehr schwierig ist und nur so einfach erstmal aussieht. Aber auch hier, ah, seht ihr schon, jetzt hab ich einen Unentschieden, einen Sieg, noch nichts verloren, kompletter Unterschied zu vorher, und wir haben Level 2 Tiere freigeschalten. Und wir haben eine Ameise. Ich mag diese Ameise, die ist so geil. Ähm, aber ja, wie gesagt, man entwickelt auch so zwischendurch so, ähm, seine Lieblingstiere zum Beispiel, ne? Ähm, oder sagt, ich liebe zum Beispiel dieses Item, oh, Fisch hier gelevelt. Oh, jetzt hab ich das nächste freigeschalten. Ihr seht schon, ne? Immer wieder was dazu. Dies, das, anders. Es macht einfach zu viel Spaß. Es macht einfach zu viel Spaß, das ganze Game. Ich kann damit einfach nicht mehr aufhören. Und wie gesagt, auch die ganzen Strategien zu entwickeln, ne? Wo stellt man welches Tier hin? Wenn der Flamingo zum Beispiel abnippelt, was ihr gleich sehen werdet, dann gibt er den hinteren beiden Lebensboni dazu, ne? So, zack, plupp. Jetzt sind die anderen hinter stärker geworden. Jetzt ist der stärker geworden. Ihr seht schon, ne? Man muss da so viel, ähm, Strategien reinsetzen. Und wir haben knapp schon wieder einen Unentschieden. Wieder nichts verloren. Also, ihr seht schon, es kann auch ganz anders laufen, ne? Aber es ist halt so krass, was man da halt alles für Strategien reinballern kann. Wie man sich so entscheidet, ähm, ja, ähm, ich überlege gerade, ne, wir rerollen ein bisschen rum, auch Flamingo speichern, Spinne wollen wir nicht, okay. Ähm, ja, es ist immer so, wie nutzt man sein Geld? Welche Items nutzt man auf welchem Tier? Es sieht ja echt so babyhaft aus, aber es ist so viel Strategie dahinter. Es gibt sogar Tierlisten im Internet, welche Tiere die besten sind. Das ist, das ist so krank, wenn man drüber nachdenkt, dass es eigentlich nur ein kleines Mini-Mobile-Game ist. Und ihr seht, es läuft jetzt viel, viel besser, ne? Keimer verloren, zwei Siege, zwei Unentschieden, die nächsten Tiere wurden freigeschaltet, die nächste Tierstufe wurde freigeschaltet. Es ist, es ist, es ist einfach unglaublich. Es ist einfach unglaublich geil, das Game bisher. Also, ich, ich fühle es so hart, ne? Ich fühle es so hart. Oh, das Känguru ist auch geil, ne? Also, ihr seht schon, ich bin da schlecht, ich muss mal überlegen, oh, was nehme ich denn jetzt? Nehme ich das Känguru? Mache ich dies? Mache ich jenes? Klar, zum Beispiel echt, ich verkaufe den, nehme das Känguru, reroll nochmal, oh, noch eine Ameise, perfekt, erstmal freezen für nächste Runde. So viel nachdenken, nachdenken. Und welches deiner Tiere machst du overpowered? Also, welches deiner Tiere machst du ganz, ganz stark im Vergleich zu einem anderen? Und es, es ist einfach so viel Strategie in diesem Spiel, was man auf den ersten Blick ja überhaupt nicht sieht, ne? Das sieht gerade schlecht aus, by the way. Ja, schade, unser erster Lose. Und jetzt seht ihr, je weiter wir im Spiel sind, umso mehr Herzen verlieren wir auch. Jetzt verlieren wir direkt drei Herzen. Das tut so unglaublich weh. Aber, oh, wir haben auch gute Tiere dazu bekommen. Nein, fühle ich jetzt nicht, so, wir rollen nochmal. Ah, ein Hundi wieder, ein Dachs ist auch ganz cool. Es gibt die Schildkräute, es gibt ein Dodo, es gibt gefühlt alles. Ich habe ein bisschen mehr Leben in mein Team rein. Es ist so strategisch, was man tun soll. Also, ich kann mich auch gar nicht entscheiden, welches Team ich baue. Ihr seht auch, der Gegner zum Beispiel, das spielt von einem Eifernchen mit einem Kamel, mit einer Giraffe. Komplett anderes Team als ich also, ne? Also, es ist schon krass, was man hier rein strategieren kann, ne? Oh, 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 schade, er hat eine Melone, er hat einen Melonen-Bonus. Aber wir sehen, so schnell kann es bergab gehen. Zuerst hast du eine Windstreak und dann geht alles in Arsch. Dann geht einfach alles in Arsch. Oh, man. Ich überlege gerade, eigentlich kann ich den Fisch verkaufen, das Kamel lieber mitnehmen, ist auf jeden Fall besser. noch eine Ameise. Das ist auch ein geiles Item, wo dann alle Shop-Kreaturen mehr Leben haben. Der Pinguin lohnt sich gerade nicht so. Ich glaube, ich haue mal das da. Safety mal, rerolle, ihr seht so ein neues Item, es kommt eine Birne plötzlich. Oh, ein Hippo ist auch geil. Also, es gibt so viele geile Tiere, die man hier spielen kann. Und, ja, ich habe mich festgesucht. Ich glaube, ihr merkt es, dass ich mich so hart festgesucht habe. Ich habe das Spiel zufällig bei einem anderen, bei einem englischen YouTuber gesehen und dachte mir, WTF? Was ist das denn für ein Spiel, ne? Ist das gut? Braucht man das? Sollte man das spielen? Und ich so, ja, ja, ich brauche das. Ich habe es einmal nur ausprobiert und seitdem habe ich mich komplett festgesuchtet. Ich soll jetzt echt dringend mal selbst einfach ausprobieren. Ah, schon wieder knapp verloren. Aber ihr seht schon, wie schnell ins Bergab geht. Ich habe noch ein Leben. Es war so knapp. Natürlich kann es daran liegen, dass ich irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen habe. Dies, das andere. Lass mich jetzt mal das andere mit hier. Ich mache es jetzt ein bisschen anders. So, 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 so. Wir überlegen jetzt ein bisschen rum, Leute. Ich mache noch das hier rein. Noch eine. Und diese fast Level 3, wie ihr seht, die Ameise schon. Ameise, die ist echt mega stark. Und das Rentier ist auch extrem geil. Ähm, wenn es stirbt, kommt nämlich ein Bus. Und das sieht auch einen lustigen Faktor im Spiel an, ne? Also, ich mache es ein bisschen langsamer. Wenn es der Elefant das Rentier besiegt, müsst ihr mal hingucken. Das ist echt geil. Moment, Moment, Moment. Zack, beschwert es einen Bus. What the fuck? Ein Rentier beschwert einen Bus. Ganz normal wie im Real Life. Ganz normal wie im Real Life. Ganz normal. Aber ihr seht schon, wie gesagt, sehr strategisch das Ganze. Nicht so einfach alles, wie man das Ganze spielt, ne? Vor allem, okay, denkst du dir, oh, jetzt habe ich den besiegt, dann Summon, da geht ein paar Snack. Oh, die haben schon wieder verloren. Aber, es ist so, du kannst dich aufhören, du willst direkt nochmal spielen. Und was du tun kannst, ist auch, dass deinen Tieren zum Beispiel spezielle Hüte zu kaufen. Ich habe so einen Fedora-Hut gekauft, am Ende kannst du so ein goldenes Kackhäuchten kaufen. Immer wenn du Trophäen gewinnst, dann bekommst du Punkte dazu. Mit diesen Punkten kannst du auch Hintergründe kaufen und so weiter. Also ganz ehrlich, Leute, das Spiel macht so süchtig, ich kann nicht aufhören, es zu spielen. Probiert es unbedingt mal aus, egal ob am Handy, super Autopads oder auf Steam, beides kostenlos, beides könnt ihr die ganze Zeit werbefrei spielen. Testen es aus, ich bin süchtig, vielleicht ihr danach auch. Sorry dafür. Wir sehen uns gerne beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 in der nächsten Video hin. Vielen Dank.